Aber, ich sehe hier nichts. Also baue ich mir noch ein paar... Ähm. Oh, was willst du? Ein paar Bäume ab. Dann kann ich die Zeit in der Nacht auch mal sinnvoll nutzen. Ah. Mist. Schade. Ist übrig geblieben. Und da kommt Holz. Oder eher gesagt kein Holz. Ähm. Da ist ein Creeper. Nicht schön. Und ich würde sagen, ich muss mal hier kurz Schluss machen, aber wir sehen uns, ähm, gleich wieder. Ähm. Tschüss. Und wir sind da wieder. Kleines Problem. Ähm. Gibt's immer mal wieder. Unsere... Vorletzte Spinne. Komm. Die hat keine... Das ist unfair. Obwohl... So Sandstone oder sowas sieht auch nicht schlecht aus. Ich weiß noch nicht, aus was ich mein Holz... äh, Haus bauen will. Am... äh... Am Ende auf jeden Fall eine schöne Burg aus Stein. Aber... Ich glaube, für den Anfang baue ich hier einfach eine größere Lagerhalle hin. Mit meinem Bett. Da suche ich jetzt aber erstmal... Nein, ich will keine Zombies haben. Ich will dich auch nicht haben. Oh, Scheiße. Komm, Spinnchen. Wo seid ihr? Ja, am Anfang sieht das etwas rumgeirrt aus. Aber ich möchte mein Bett haben. Oh mein Gott! Oh Gott! Creeper. Creeper. Nichts zu essen. Creeper. Keine gute Idee. Vielleicht war es sowieso keine gute Idee, während der Nacht raus zu gehen. Ich gehe nach Hause. Ich habe keine Lust da drauf. Komm, lauf, lauf, lauf. Oh! Das ist zu, das ist gut. Das ist jetzt auch zu. So, habe ich hier oben Strings. Nein! Schlecht. Haben wir hier Strings? Hier habe ich eine String. Das gibt es doch nicht. Ja, ich wollte mir... Ich brauche Redstone. Ähm... Genau, ich wollte mir ja noch meine Query bauen. Oder meine Turtle. Und... Für dumme Sachen... ...habe ich mir sogar aufgeschrieben. Storage Crates. Baut man die? Äh... Da, genau, die da. Okay. Also aus Sticks und, äh... Woods. Und da kann man wohl ziemlich viel reinstecken. Äh... Komm. Erstmal das. So. Und... Mal gucken, wie viel... Da rauskommt. Und sechs. Okay. Also das ist jetzt für mein Haus. Der Rest an... Ja, komm, nehmen wir Orkwood für unser Haus. Oder für mein Haus. Ihr seid ja nur eingeladen zuzugucken, ne? Wie es auch schon immer so ist. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Äh... Fermented Spider-Eye. Okay. Ähm... So, haben wir noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Iron Knife Blade. Bone Knife Blade. Copper Knife Blade. Klopft da jemand? Da ist ne Spinne. Ähm... Da ist auch ne Spinne. Okay. Komm. Aua. Ein Herz. Anderthalbherzen. Ja. Ich hab mein String. Ich hab den. String. So. Ah. Hier haben wir ja unsere Sachen. Wenn es gleich Tag wird... Dann... Sind wir schon unterwegs und bauen unser neues Haus. Würde ich mal sagen. Äh... 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 Mir ist aufgefallen auch, dass der... Dass ich den Crafting Table fast gar nicht nutze. Äh... Den Pocket Crafting Table. Äh... Warum? Weil es einfach wahrscheinlich Gewohnheit ist. So. Kann ich das noch hier hinsetzen? You can only sleep at night. Oh, das ist ja schon mal schön. Das bedeutet, dass es Tag ist. Ähm... Ja. Dann holen wir... Oh mein Gott. Nicht angucken. Gehen wir einmal da hinten hin und holen uns unser Holz. Den... Das Teil können wir auch ausschlachten. Und dann bauen wir... Ja, hier irgendwo unser Haus hin. Und zum Schluss wird dann hier so eine schöne riesige Burg gebaut. Ich hab mich... Äh... Hab mich am Anfang gefragt, ob man vielleicht... Ob ich vielleicht so eine Fertigteil-Burg baue. Ähm... Und die mit dem... Printer und so... Ähm... Dann... Einsätze. Aber... Ich hab mir gedacht... Es wird eh so saukompliziert. Dann lass das mal lieber. Äh... Komm. Schaufel brauche ich gerade nicht. Boah. Wie hoch ist das Ding? Ja. Jetzt hab ich alles. Gut. Und fast die ganze Spitzhacke damit verbraucht. Ne. Ich such mir leichtere Bäume. Oh, gut. Habe ich gerade irgendwie ein Zombie gesehen? Nein, ein Schwein, aber... Ein Schwein... Gehnt mich gerade... Ein Dreck an. Und deshalb brauche ich die nicht. Die kann ich nachher holen und züchten. Obwohl, ich werde einfach Vegetarier. Und ernähre mich nur von Brot. Und der Energie des Universums. Ach, da wäre noch ein Schaf gewesen. So, komm. Wir haben noch... Pinewood. Nein, will ich nicht. Ich möchte mir noch... 25 Bäume holen. Und dann das Ganze schön säuberlich... Aufstapeln zu einem wundervollen Kunstwerk. Und das dann mein Haus nennen. Das wäre so eine Idee von mir. Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Komm. Was? Ach, die ist kaputt. Broken. Jetzt kann man damit nichts mehr machen, aber man kann sie reparieren. Das ist doch auch irgendwie cool. Obwohl. Obwohl. Oh mein Gott, dauert das lange. Das ist ja länger als mit der Hand. So, das bedeutet hier... Komm, hier. Wo ist meine Schaufel? Da ist meine Schaufel.